Nach einem tödlichen Zwischenfall mit Schusswaffen ist die Polizei in Kalifornien auf der Suche nach den Tätern. Bei Schüssen in der Innenstadt von Sacramento waren in der Nacht auf Sonntag sechs Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden. Man suche nach Verdächtigen und bitte die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zum Hintergrund der Tat und zu Einzelheiten gibt es noch keine Informationen.